Im Oktober gab es das dritte Pokertreffen und wieder waren neue Gesichter dabei. LeFloid, Kelly Misses Vlog und LooksLikeLink saßen mit Fabian, Debitor und Titelverteidiger DanTheMan am Tisch. Außerdem unterstützten Gronkh und Sarazar Nela Lee bei der Moderation. Fabian hatte in der Vorbereitung ordentlich Pokernachhilfe bekommen und zeigt gleich, dass er einiges gelernt hat. Oh nein, das ändert auf einmal alles. Will so viel hinlegen, wie der da hat. Wer ist denn Dan? Ja, was los? Ach, ich gehe all in. Mit einem im Flop getroffenen Full House mit Bube und 7 geht er all in und zieht Mrs. Vlog trotz aller Warnung mit in den Showdown. Da ist ja nur noch eine 7 drin und... Alter Schwede, das ist ein Zauberblatt, was er gerade hat. Oh, mach es nicht, Kelly, mach es nicht, schmeiß weg, bitte. Nein, Kelly, nein, 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 nicht Kelly! Oh, das tut im Herzen und in der Seele weh. Oh, California an dieser Stelle, es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid. Das war's für die, Kelly, er kann jetzt kommen, der Fabian hat sie einfach... Oh, den Vierling auch noch! Und weil das noch nicht der Schmach genug war, trifft er auf dem Turn noch den Vierling mit Siebenern und verweist Kelly trotz ihrer späten Straße somit auf den Losers Couch. Sag mal, wenn es so weitergeht, dann hast du eigentlich dein ganzes Team noch hoch am Tisch und ich habe gar keinen mehr. Und alles sieht gut aus für Fabian, doch Debitor spielt stark auf und geht in den Showdown mit Dan. Geht mit und liegt auch vorne, also jetzt schon all in. So, aber jetzt muss er Hilfe haben, Dan the Man, ansonsten ist die Mission Titelverteidigung auf jeden Fall... Ich glaube, der Lachs ist gegessen. Oh, Bube getroffen. Und da hast du nachdem Buben. Also, er braucht eine 2 oder eine 9. Helligkeit. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe so eine Blase. Also, noch ist er nicht raus, Dan the Man. Er braucht eine 2 oder eine 9. Für die Doppelprobe. Keine Hilfe am Turn. Und da fliegen die Seifenblasen rein. 11 Prozent, 5 wirkliche Karten, die im Deck sind, können Dan the Man noch retten. Trotz Seifenblasen-Attacke hat dieser leider kein Glück und muss den Tisch verlassen. Auf Wiedersehen, Dan the Man. Jetzt bleiben Fabian und Debitor im Heads Up. Läuft, Alter! Wenn ihr die ganze Show sehen wollt und wissen, wer gewonnen hat, dann schaut euch hier die ganze Sendung von Let's Play Poker Number 3 an. Und wir hören uns beim nächsten Let's Play Poker Highlight Clip wieder. Bis dahin, eure Love Machine. Bis dahin, unsere Love Machine. Bis dahin, Challenger Ball Plus! Vielen Dank.